Nach einigem Hin und Her habe ich bei den Flash Wolves einen Interview-Termin bekommen. Teammanager Chang oder Four Leaf, wie er sich nennt, zeigt mir die Pokale. Im Frühjahr haben sie die IEM Masters, ein internationales Turnier in Polen, gewonnen. Die Jungs sind absolute Profis. Zocken, das ist ihr Beruf, überhaupt die Trainingsräume und alles hier sieht super professionell aus. Und auch im Interview klingen sie für mich fast wie Fußball-Profis. Warum sie der Beruf begeistert, will ich wissen.